Mediashop Immer etwas Neues Sie möchten sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Doch die vielen Pfannen und Küchengeräte rauben Ihnen nur Platz in der Küche. Und am Schluss verwenden Sie die meisten ja sowieso nie. Damit ist jetzt Schluss. Denn Mediashop präsentiert erstmals im TV den Power Air Fryer Multifunction. Dieses 9-in-1 Küchenwunder ersetzt Fritteusen, Drehgrills, Ihren Backofen, den Dörrautomaten, die Mikrowelle und noch vieles mehr. Denn der Power Air Fryer Multifunction ist die weltweit erste Kombination aus Heißluftfritteuse, Drehgrill und Dörrautomat. Frittieren, Dörren, Grillen, Braten, Backen, Gratinieren, Toasten, Erwärmen und Garen. In diesem Küchenwunder stecken 1800 Watt Megapower. Dank modernster Airflow-Technologie werden Ihre Speisen auf drei Ebenen gleichzeitig und nur mit heißer Luft gegart. Dadurch sparen Sie bis zu 80% Fett im Vergleich zu herkömmlichen Zubereitungsmethoden. Sie müssen Ihre Fritten nicht mehr in ungesundem Öl baden. Denn Sie haben ja jetzt den kaloriensparenden Power Air Fryer Multifunction. Das hochwertige Easy-Touch-Display ermöglicht Ihnen die Zubereitung mit nur einem Knopfdruck. Acht automatische Programme sind bereits für Sie vorinstalliert. Das Highlight ist die integrierte Drehgrill-Funktion. Grillen Sie Hähnchen so saftig, wie Sie es noch nie gegessen haben. Oder leckere Würstchen endlich ohne jegliche Zugabe von Fett und Öl. Dank der eingebauten Dörr-Funktion können Sie endlich Ihr eigenes Trockenobst herstellen. Absolut fettfrei und ohne zusätzliche Zugabe von Zucker. Und selbstverständlich sind im Power Air Fryer Multifunction alle Vorteile einer modernen Heißluftfritteuse ebenfalls integriert. Das gesamte Zubehör ist Spülmaschinen geeignet. Frittieren, Dörren, Drehgrillen, Braten, Backen, Gratinieren, Toasten und Erwärmen. Mit diesem 9 in 1 Küchenwunder schaffen Sie endlich Platz in Ihrer Küche und ernähren sich gesund mit bis zu 80% weniger Fett. Und was der Power Air Fryer Multifunction noch alles kann, zeigen Ihnen jetzt Moderatorin Denise Rapko und der beliebte Starkoch Eric Fies. Kennst du Heißluftfritteusen? Ja, natürlich. Wir haben diese tollen Geräte jetzt weiterentwickelt. Wow. Du wirst gleich noch mehr staunen. Das ist der Power Air Fryer Multifunction. Siehst du das? Da ist ja unglaublich viel drinnen. Drei Gitter voll mit Chicken Wings. Die Gitter sind aus rostfreiem Stahl. Also Spülmaschinen fest. Genau. Und durch die Öffnungen kann heiße Luft zu deinen Speisen und du musst die Speisen nicht wenden. Eric, die sehen unglaublich lecker aus. Weißt du, herkömmliche Heißluftfritteusen sind toll, aber da gehen nur vier Chicken Wings rein. Zu wenig. Das stimmt. Die Speisen werden knusprig, aber du müsstest für eine ganze Familie stundenlang in der Küche stehen. Jetzt zeige ich dir, wie viel Fett du mit dem Air Fryer sparst. Bitte nimm ein Teil aus dem Aime und leg es auf das Küchentuch. Und ich lege eines von unseren Heißluftfrittierten Hähnchenteilen auf das zweite Tuch. Jetzt rolle ich beide Hähnchen zusammen. Was meinst du? Der Tisch bewegt sich. Jetzt schau dir das mal an. Was sagst du? Oh wow, also ich möchte dieses ganze Fett nicht essen. Dann nimm ein Heißluftfrittiertes Hähnchen. Ich möchte dir zeigen, wie knusprig und fettfrei unsere Chicken Wings aus dem Power Air Fryer Multifunction werden. Die Panade ist ja unglaublich knusprig. Hörst du das? Klingt wie Kartoffelchips. Und schmeckt so gut. Durchs Heißluftfrittieren bleibt der Geschmack. Genau, der Geschmack bleibt. Und ich finde, es schmeckt sogar noch besser. Ohne triefendem Öl wird es einfach knuspriger. Und wir frittieren ohne Reuen. Weißt du, da sind 80% weniger Fett dran. Okay, aber der Power Air Fryer Multifunction kann noch mehr. Wir haben einen Drehspieß integriert. Dadurch hast du gleich einen praktischen Rotisserieofen. Wir verbinden die Heißluftfritteuse und den Drehgrill. Und es sieht richtig lecker aus. Und dadurch wird das Hähnchen perfekt. Dieses Hähnchen ist perfekt. Außen, groß, innen, zart. Lass uns mal darüber gehen. Dann zeige ich dir den Unterschied. Wie herrlich. Okay, das hier ist ein klassischer Drehgrill Rotisserieofen. Ich schalte den Grill ein und schau, was passiert. Was siehst du? Nichts. Nichts passiert. Genau, es dreht sich nur. Und jetzt zeige ich dir nochmal den Unterschied zum Power Air Fryer Multifunction. Okay. In dem herkömmlichen Gerät passiert nichts. In unserem Power Air Fryer Multifunction zirkuliert die heiße Luft. Dadurch werden alle Speisen einfach besser. Das ist innovativ. Okay, jetzt der direkte Vergleich. Dieses Hähnchen ist aus dem Drehgrill. Und rechts unser Heißlufthähnchen. Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich, Denise. Und wenn ich das jetzt aufschneide, siehst du, dass das aus dem Rotisserieofen noch nicht durch ist. Ah, das mag ich nicht. Und jetzt schau dir mal unseres an. Herrlich knusprig. Und schon beim Aufschneiden merkst du, wie zart das Hähnchen ist. Das Hähnchen mag ich schon mehr. Das sieht echt gut aus. Saftig. Dampft noch. Ich gebe dir ein Stück mit Kruste. Ich weiß ja, wie sehr du Kruste magst. Oh mein Gott, riecht das herrlich. Vorsicht, heiß. Oh Mann, das ist gut. Der Geschmack ist so saftig. Das ist wirklich perfekt. Unseres ist vor allem schneller, fertig und einfach besser. Okay, ich zeige dir noch was. Durch die Rotisseriefunktion kannst du auch Schaschlikspieße machen. In einem herkömmlichen Drehspießofen geht das nicht. Ich hole das Kerlchen mal raus. Hast du so etwas Leckeres? Schon mal gesehen? Du erstaunst mich immer wieder, Eric. Okay, lass uns Plätze tauschen. Ich werde die Spießchen auf den Spießhalter stellen. Und jetzt schau dir bitte an, wie rosa, wie saftig diese Schaschlikspießchen sind. Die sehen verdammt lecker aus. Und jetzt probier mal. Was meinst du? Was da geht auf der Zunge? Schön. Ist es auch noch? Lecker. Sie möchten sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Doch die vielen Pfannen und Küchengeräte rauben Ihnen nur Platz in der Küche. Und am Schluss verwenden Sie die meisten ja sowieso nie. Damit ist jetzt Schluss. Der Mediashop präsentiert erstmals im TV den Power Air Fryer Multifunction. Dieses 9-in-1-Küchenwunder ersetzt Fritteusen, Drehgrills, ihren Backofen, den Dörrautomaten, die Mikrowelle und noch vieles mehr. Denn der Power Air Fryer Multifunction ist die weltweit erste Kombination aus Heißluftfritteuse, Drehgrill und Dörrautomat, frittieren, dörren, grillen, braten, backen, gratinieren, tosten, erwärmen und garen. In diesem Küchenwunder stecken 1800 Watt Megapower. Dank modernster Airflow-Technologie werden Ihre Speisen auf drei Ebenen gleichzeitig und nur mit heißer Luft gegart. Dadurch sparen Sie bis zu 80% Fett im Vergleich zu herkömmlichen Zubereitungsmethoden. Sie müssen Ihre Fritten nicht mehr in ungesundem Öl baden. Denn Sie haben ja jetzt den kaloriensparenden Power Air Fryer Multifunction. Das hochwertige Easy-Touch-Display ermöglicht Ihnen die Zubereitung mit nur einem Knopfdruck. Acht automatische Programme sind bereits für Sie vorinstalliert. Das Highlight ist die integrierte Drehgrill-Funktion. Grillen Sie Hähnchen so saftig, wie Sie es noch nie gegessen haben. Oder leckere Würstchen endlich ohne jegliche Zugabe von Fett und Öl. Dank der eingebauten Dörr-Funktion können Sie endlich Ihr eigenes Trockenobst herstellen. Absolut fettfrei und ohne zusätzliche Zugabe von Zucker. Und selbstverständlich sind im Power Air Fryer Multifunction alle Vorteile einer modernen Heißluftfritteuse ebenfalls integriert. Das gesamte Zubehör ist Spülmaschinen geeignet. Frittieren, Dörren, Drehgrillen, Braten, Backen, Gratinieren, Toasten und Erwärmen. Mit diesem 9 in 1 Küchenwunder schaffen Sie endlich Platz in Ihrer Küche und ernähren sich gesund mit bis zu 80% weniger Fett. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sofort den Power Air Fryer Multifunction mit Easy-Touch-Display, intelligenter Programmautomatik und moderner Airflow-Heißluft-Technologie. Bereiten Sie Speisen mit bis zu 80% weniger Fett zu. Und das alles zum weltweiten Mediashop-Markteinführungspreis. Und das war noch nicht alles. Nur heute erhalten Sie das Power Air Fryer Multifunction Rezeptheft mit den leckersten Rezepten von Star-Koch Eric This. Wie gefüllter Druthahn im Speckmantel oder leckere Brezelstückchen mit Salzkruste. Absolut gratis dazu. Und wir legen noch eins drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, erhalten Sie auch noch unser umfangreiches Power Air Fryer Multifunction Zubehör-Set. Bestehend aus einem praktischen Drehkorb für perfekt frittiertes wie Pommes frites. Gratis. Der Grillspieß für leckeres Hähnchen und raffinierte Braten. Gratis. Und 10 unverzichtbare Fleisch- und Gemüsespieße. Ebenfalls absolut gratis dazu. Überlegen Sie mal, wie viel Geld Sie für verschiedenste Geräte ausgeben müssten, um all diese leckeren Speisen zubereiten zu können. Da sind Sie schnell mal über 700 Euro los. Aber bei uns zahlen Sie sicher keine 700 Euro, auch keine 600 und bei weitem keine 500 Euro. Wir liefern Ihnen nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum Mediashop. Markteinführungspreis von nur 8 kleinen Raten zu je 49,90 Euro. Bequem nach Hause. Aber halt! Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, halbieren wir den Preis und streichen Ihnen sofort 4 ganze Raten. Und der Power Air Fryer Multifunction ist um nur noch 4 kleine Raten zu je 49,90 Euro. Auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Und das bedeutet, Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie erhalten nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum halben Preis. Und Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Unglaublich! Und darauf erhalten Sie natürlich auch wie immer unsere risikolose Mediashop 30 Tage Zufriedenheits- und Geld-Zurück-Garantie. Aber beeilen Sie sich, denn dieses Angebot ist streng limitiert und nur für ganz kurze Zeit erhältlich. Also, rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Holen Sie sich dieses unglaubliche Angebot schnell nach Hause und wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Kreditkarte, Nachname oder jetzt neu risikolos zahlen auf Rechnung. Hier kommt gleich die nächste Überraschung. Dieser Air Fryer kann auch dörren. Du kannst Obst und Gemüse dörren, sogar Fleisch. Ich zeige dir jetzt, wie einfach das funktioniert. One-Touch-Technologie. Ein Klick auf das Dörr-Funktionssymbol. Mit niedriger Temperatur dörren wir Früchte und Gemüse mit hoher Temperatur, zum Beispiel Fleisch. Unser Power Air Fryer Multifunction kann beides. Das ist ein innovatives Gerät. Okay, gehen wir rüber. Fantastisch. Und hier? Ich zeige dir noch was. Hast du gewusst, dass in diesem fertigen Dörrobst kiloweißer Zucker drinnen ist? Und dann schaut es nicht mal nach Obst aus. Ich weiß, so viel Zucker steckt in diesen Ananasstöckchen drinnen. Weißt du, was in unserem ist? Nur Ananas. Kein Zucker. Wonach sieht das aus? Papaya aus. Und das hier? Wie orange Steine. Genau. Und ich verstehe nicht, warum das so sein muss. Wir wollen auch die Frucht essen. Und es soll doch auch wie Obst aussehen. Du hast recht. Ich probier's. Da ist kein Zucker drin. Weißt du was? So schmeckt Natur. Ja, so schmeckt die Natur. Ob frittiertes Gutis, kann man am besten mit Mozzarella-Sticks und Pommes testen. Stimmt's? Das stimmt. Ich teste das jetzt. Schau, wie gut sich der Käse ziehen lässt. Wow, das sieht lecker aus. Okay, kosten. Mh, 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 mh. So gut. Das ist knusprig und lecker. Jetzt backen wir Brezelstücke. Die gehen total einfach. Okay. Du brauchst Fertigteig. Kenn ich aus dem Supermarkt. Die Teigsteigen gibt es überall. Und das Aufmachen ist mein Lieblingsteil. Das könnte ich stundenlang machen. Im Power Air Fryer Multifunction werden die Brezelstücke großartig. Den Teig kannst du mit einem Pizzaschneider rollen. Hier ein Schnitt und da. Ah, du machst Streifen. Genau. Und jetzt roll ich die Teigstreifen zusammen. Das muss nicht schön sein. Es soll ja bloß schmecken. Und dann nehme ich wieder den Pizzaschneider und schneide ein Stück und noch ein Stück. Ich bin begeistert, wie kreativ du bist. Und dann habe ich hier eine Schüssel mit Wasser und Backpulver und eine zweite mit Salz. Der Salz ist grobkörnig. Die hier sind schon fertig. Sind die nicht toll geworden? Ich bin schon ganz wild aufs Kosten. Ah. Cheers. Cheers. Frischgebackene Brezelstücke. Richtig gut. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sofort den Power Air Fryer Multifunction mit Easy-Touch-Display, intelligenter Programmautomatik und moderner Airflow-Heißluft-Technologie. Bereiten Sie Speisen mit bis zu 80% weniger Fett zu. Und das alles zum weltweiten Mediashop-Markteinführungspreis. Und das war noch nicht alles. Nur heute erhalten Sie das Power Air Fryer Multifunction Rezeptheft mit den leckersten Rezepten von Star-Koch Eric This. Wie gefiltert Ruthahn im Speckmantel oder leckere Brezelstückchen mit Salzkruste. Absolut gratis dazu. Und wir legen noch eins drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, erhalten Sie auch noch unser umfangreiches Power Air Fryer Multifunction Zubehör-Set. Bestehend aus einem praktischen Drehkorb für perfekt frittiertes wie Pommes frites. Gratis. Der Grillspieß für leckeres Hähnchen und raffinierte Braten. Gratis. Und 10 unverzichtbare Fleisch- und Gemüsespieße. Ebenfalls absolut gratis dazu. Überlegen Sie mal, wie viel Geld Sie für verschiedenste Geräte ausgeben müssten, um all diese leckeren Speisen zubereiten zu können. Da sind Sie schnell mal über 700 Euro los. Aber bei uns zahlen Sie sicher keine 700 Euro, auch keine 600 und bei weitem keine 500 Euro. Wir liefern Ihnen nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum Mediashop-Markteinführungspreis von nur 8 kleinen Raten zu je 49,90 Euro. Bequem nach Hause. Aber halt! Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, halbieren wir den Preis und streichen Ihnen sofort 4 ganze Raten. Und der Power Air Fryer Multifunction ist um nur noch 4 kleine Raten zu je 49,90 Euro auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Und das bedeutet, Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie erhalten nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum halben Preis. Und Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Unglaublich! Und darauf erhalten Sie natürlich auch wie immer unsere risikolose Mediashop 30 Tage Zufriedenheits- und Geldzurückgarantie. Aber beeilen Sie sich, denn dieses Angebot ist streng limitiert und nur für ganz kurze Zeit erhältlich. Also, rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Holen Sie sich dieses unglaubliche Angebot schnell nach Hause und wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Kreditkarte, Nachname oder jetzt neu. Risikolos zahlen auf Rechnung. Du kannst den Power Air Fryer Multifunction auch für jede Art von Rollbraten verwenden. Hier drinnen wartet schon einer auf dich. Wow, wie schön der ist. Mit diesem Hilfsgriff geht's ganz leicht und ich kann den Braten direkt auf das Brett legen. Den spießt sie ich raus. Das geht wirklich leicht. Der kommt jetzt in die Spülmaschine. Ich hätte nicht gedacht, dass das so leicht rausgeht. Dieser Braten ist perfekt. Ich schneide ihn jetzt in der Mitte durch und du siehst, wie schön der geworden ist. Und duftet herrlich. Absolut, Denise. Schneidest du mir ein Stückchen runter? Natürlich. Hier bitte. Oh, danke. Und, schmeckt es dir? Soll ich dir das Rezept geben? Ich nehm lieber dich. Das ist wirklich, wirklich gut. Wir haben doch die Airflow-Technologie, diesen heißen Wirbelwinter drin. Deshalb ist der Multifunction der beste Pizzakoch. Hier, eine klassische Salami-Pizza. Sieht wie ein Kunstwerk aus. Ist aber essbar. Die schmecken großartig. Lass uns zur Abwechslung was Süßes backen. Hast du schon mal einen Kaktus gegessen? Was, das kann man essen? Das sind kleine Kuchen im Blumentopf. Mit dem Power Air Fryer Multifunction kannst du auch backen. Wir haben ja auch Umluft. Wobei, es ja eher sowas wie Umluft hoch 10 heißen sollte. Toll. Die hier sind schön abgekühlt. Schokokuchenteig. Und so sehen sie aus, wenn du sie rausnimmst. Jetzt machen wir Kakteen draus. Ich gebe erst Schokocreme drauf. Das muss nicht schön sein. Dann habe ich hier zerhackte Butterkekse. Da tunkst du den Topf ein. Ganz leicht andrücken. Ah, das soll der Sand sein, stimmt's? Ja, genau. Genial. Dann habe ich hier Donutbällchen mit Streuseln. Die gibt es mittlerweile überall zu kaufen. Dann nehme ich einen Zahnstocher und fixiere das Bällchen auf unserem Kekssand. Und mit einem Dressierbeutel und grüner Zuckercreme mache ich kleine Kügelchen rundherum. Wie bei einem kleinen Kaktus. Bei dieser kreativen Idee werden alle Gäste staunen. Das sieht echt witzig aus. Stimmt's. Und dieses Dessert geht irre schnell. Einer ist schon fertig. Nimm mal. Gut, okay. Mit dem Löffel gleich rein. Diese Blumentöpfe sind übrigens auch total günstig. Das macht Spaß und geht leicht. Das muss ich nachkochen. Sie möchten sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Doch die vielen Pfannen und Küchengeräte rauben Ihnen nur Platz in der Küche. Und am Schluss verwenden Sie die meisten ja sowieso nie. Damit ist jetzt Schluss. Der Mediashop präsentiert erstmals im TV den Power Air Fryer Multifunction. Dieses 9-in-1-Küchenwunder ersetzt Fritteusen, Drehgrills, ihren Backofen, den Dörrautomaten, die Mikrowelle und noch vieles mehr. Denn der Power Air Fryer Multifunction ist die weltweit erste Kombination aus Heißluftfritteusen, Drehgrill und Dörrautomat. Frittieren, Dörren, Grillen, Braten, Backen, Gratinieren, Toasten, Erwärmen und Garen. In diesem Küchenwunder stecken 1800 Watt Megapower. Dank modernster Airflow-Technologie werden Ihre Speisen auf drei Ebenen gleichzeitig und nur mit heißer Luft gegart. Dadurch sparen Sie bis zu 80% Fett im Vergleich zu herkömmlichen Zubereitungsmethoden. Sie müssen Ihre Fritten nicht mehr in ungesundem Öl baden. Denn Sie haben ja jetzt den kaloriensparenden Power Air Fryer Multifunction. Das hochwertige Easy-Touch-Display ermöglicht Ihnen die Zubereitung mit nur einem Knopfdruck. Acht automatische Programme sind bereits für Sie vorinstalliert. Das Highlight ist die integrierte Drehgrill-Funktion. Grillen Sie Hähnchen so saftig, wie Sie es noch nie gegessen haben. Oder leckere Würstchen endlich ohne jegliche Zugabe von Fett und Öl. Dank der eingebauten Dörr-Funktion können Sie endlich Ihr eigenes Trockenobst herstellen. Absolut fettfrei und ohne zusätzliche Zugabe von Zucker. Und selbstverständlich sind im Power Air Fryer Multifunction alle Vorteile einer modernen Heißluftfritteuse ebenfalls integriert. Das gesamte Zubehör ist Spülmaschinen geeignet. Frittieren, Dörren, Drehgrillen, Braten, Backen, Gratinieren, Toasten und Erwärmen. Mit diesem 9 in 1 Küchenwunder schaffen Sie endlich Platz in Ihrer Küche und ernähren sich gesund mit bis zu 80% weniger Fett. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sofort den Power Air Fryer Multifunction mit Easy-Touch-Display, intelligenter Programmautomatik und moderner Airflow-Heißluft-Technologie. Bereiten Sie Speisen mit bis zu 80% weniger Fett zu. Und das alles zum weltweiten Mediashop-Markteinführungspreis. Und das war noch nicht alles. Nur heute erhalten Sie das Power Air Fryer Multifunction Rezeptheft mit den leckersten Rezepten von Starcoch Eric's This. Wie gefiltert Ruthahn im Speckmantel oder leckere Brezelstückchen mit Salzkruste. Absolut gratis dazu. Und wir legen noch eins drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, erhalten Sie auch noch unser umfangreiches Power Air Fryer Multifunction Zubehör-Set. Bestehend aus einem praktischen Drehkorb für perfekt frittiertes wie Pommes frites. Gratis. Der Grillspieß für leckeres Hähnchen und raffinierte Braten. Gratis. Und 10 unverzichtbare Fleisch- und Gemüsespieße. Ebenfalls absolut gratis dazu. Überlegen Sie mal, wie viel Geld Sie für verschiedenste Geräte ausgeben müssten, um all diese leckeren Speisen zubereiten zu können. Da sind Sie schnell mal über 700 Euro los. Aber bei uns zahlen Sie sicher keine 700 Euro, auch keine 600 und bei weitem keine 500 Euro. Wir liefern Ihnen nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum Mediashop. Markteinführungspreis von nur 8 kleinen Raten zu je 49,90 Euro. Bequem nach Hause. Aber halt. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, halbieren wir den Preis und streichen Ihnen sofort 4 ganze Raten. Und der Power Air Fryer Multifunction ist um nur noch 4 kleine Raten zu je 49,90 Euro. Auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Und das bedeutet, Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie erhalten nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum halben Preis. Und Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Unglaublich! Und darauf erhalten Sie natürlich auch wie immer unsere risikolose Mediashop 30 Tage Zufriedenheits- und Geld-Zurück-Garantie. Aber beeilen Sie sich. Denn dieses Angebot ist streng limitiert und nur für ganz kurze Zeit erhältlich. Also, rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Holen Sie sich dieses unglaubliche Angebot schnell nach Hause und wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Kreditkarte, Nachname oder jetzt neu. Risikolos zahlen auf Rechnung. Die integrierte Drehgrillfunktion im Multifunction ist genial. Du kannst damit sogar Würstchen grillen. Ah, okay. Ja, schau mal. Ich liebe ja Würstchen. Mit dem Griff nimmst du alle Würstchen auf einmal raus. Echt toll. Das sieht echt toll aus. Bei der Deluxe-Version gibt es auch noch den praktischen Ständer. Wenn du die Würstchen mit Heißluft drehgrillst, bleibt der Saft drinnen. Dadurch schmecken die Würstchen gleich viel besser. Und wenn du gleich probierst, wirst du den Unterschied schmecken. Nicht trocken oder verbrannt. Mh, mh. Schmeckt lecker. Gegrillte Bratwurst. So kriegst du das nur mit dem Power Air Fryer Multifunction hin. Denise, du kennst doch schwedische Fleischbällchen. Na klar. Die aus dem Möbelhaus sind gut, aber unsere sind besser. Wir brauchen kein Öl, kein Fett. Und sie werden rundherum schön kross. Sie sehen gar nicht ausgetrocknet aus, sondern saftig und lecker. Saftig und lecker, genau. Du musst sie nicht wenden, nicht im Öl herausbacken. Die sind richtig gut. Ja, und du kannst sie klassisch auf schwedischer Art essen oder als Snack für eine Party servieren. Ja, genau. Wie du magst. Mh, sie schmecken wirklich saftig. Genial. Ich hab mich auch schon verliebt. Ja, ich auch. Es ist das neue Küchenwunder. Absolut. Jetzt kostest du Einhornkuchen. Okay, ich probier dir alles aus. Das Highlight für die Kinder. Ich zeige dir, wie es geht. Ich habe Kuchenteig gemacht und ihn dann in vier Pastellfarben eingefärbt. Und weil bei Einhörnen alles kunterbunt ist, werden wir wie bei einem Marmorkuchen alles mischen. Genial. Diese Eiswaffel ist perfekt für unseren Kuchen. Von jeder Farbe gebe ich ein bisschen was rein. Das können Kinder, Erwachsene. Das ist eine tolle Beschäftigung für die Kinder. Ja, und es macht richtig Spaß. Okay, du füllst den Teig, bis die Waffel voll ist. Dann packen wir sie im Power Air Fryer Multifunction. Und so sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Oh, wow. Toll, nicht? Tolle Idee. Und die sind schon abgekühlt, oder? Genau. Die sind schon abgekühlt und richtig schön. Und jetzt können wir den Einhornkuchen verzieren. Okay. Vier verschiedene Farbencreme. Ein Dressierbeutel und ganz einfach drauf machen. Oh mein Gott, wie toll. Ich bin noch nicht fertig. Denn wenn es um Einhörner geht, brauchen wir natürlich Feenstaub. Na klar. Jetzt müssen wir nur noch klären, ob es Einhörner gibt. Ich bin mir absolut sicher, Eric. Damit du den Einhornkuchen besser sehen kannst, schneide ich ihn in zwei Hälften auf. Oh mein Gott, das ist ja ein Regenbogen in einer Eiswaffel. Ist das nicht süß? Ich mag das. Kids werden das lieben. Jeder wird das lieben. Schmeckt das auch so gut? Sag's mir. Die Antwort ist ja. Ein Kuchen in einer Waffel. Sieht lustig aus. Schmeckt gut. So gut. Sichern Sie sich noch heute den Power Air Fryer Multifunction. Sie möchten sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Doch die vielen Pfannen und Küchengeräte rauben Ihnen nur Platz in der Küche. Und am Schluss verwenden Sie die meisten ja sowieso nie. Damit ist jetzt Schluss. Denn Mediashop präsentiert erstmals im TV den Power Air Fryer Multifunction. Dieses 9-in-1-Küchenwunder ersetzt Fritteusen, Drehgrills, Ihren Backofen, den Dörrautomaten, die Mikrowelle und noch vieles mehr. Denn der Power Air Fryer Multifunction ist die weltweit erste Kombination aus Heißluftfritteusen, Drehgrill und Dörrautomat. Frittieren, Dörren, Grillen, Braten, Backen, Gratinieren, Toasten, Erwärmen und Garen. In diesem Küchenwunder stecken 1800 Watt Megapower. Dank modernster Airflow-Technologie werden Ihre Speisen auf drei Ebenen gleichzeitig und nur mit heißer Luft gegart. Dadurch sparen Sie bis zu 80% Fett im Vergleich zu herkömmlichen Zubereitungsmethoden. Sie müssen Ihre Fritten nicht mehr in ungesundem Öl baden. Denn Sie haben ja jetzt den kaloriensparenden Power Air Fryer Multifunction. Das hochwertige Easy-Touch-Display ermöglicht Ihnen die Zubereitung mit nur einem Knopfdruck. Acht automatische Programme sind bereits für Sie vorinstalliert. Das Highlight ist die integrierte Drehgrillfunktion. Grillen Sie Hähnchen so saftig, wie Sie es noch nie gegessen haben. Oder leckere Würstchen endlich ohne jegliche Zugabe von Fett und Öl. Dank der eingebauten Dörrfunktion können Sie endlich Ihr eigenes Trockenobst herstellen. Absolut fettfrei und ohne zusätzliche Zugabe von Zucker. Und selbstverständlich sind im Power Air Fryer Multifunction alle Vorteile einer modernen Heißluftfritteuse ebenfalls integriert. Das gesamte Zubehör ist Spülmaschinen geeignet. Frittieren, Dörren, Drehgrillen, Braten, Backen, Gratinieren, Toasten und Erwärmen. Mit diesem 9-in-1-Küchenwunder schaffen Sie endlich Platz in Ihrer Küche und ernähren sich gesund mit bis zu 80% weniger Fett. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sofort den Power Air Fryer Multifunction. Mit Easy-Touch-Display, intelligenter Programmautomatik und moderner Airflow-Heißluft-Technologie. Bereiten Sie Speisen mit bis zu 80% weniger Fett zu. Und das alles zum weltweiten Mediashop-Markteinführungspreis. Und das war noch nicht alles. Nur heute erhalten Sie das Power Air Fryer Multifunction Rezeptheft. Mit den leckersten Rezepten von Star-Koch Eric's This. Wie gefüllter Druthahn im Speckmantel. Oder leckere Brezelstückchen mit Salzkruste. Absolut gratis dazu. Und wir legen noch eins drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, erhalten Sie auch noch unser umfangreiches Power Air Fryer Multifunction Zubehörset. Bestehend aus einem praktischen Drehkorb für perfekt frittiertes wie Pommes frites. Gratis. Der Grillspieß für leckeres Hähnchen und raffinierte Braten. Gratis. Und 10 unverzichtbare Fleisch- und Gemüsespieße. Ebenfalls absolut gratis dazu. Überlegen Sie mal, wie viel Geld Sie für verschiedenste Geräte ausgeben müssten, um all diese leckeren Speisen zubereiten zu können. Da sind Sie schnell mal über 700 Euro los. Aber bei uns zahlen Sie sicher keine 700 Euro. Auch keine 600 und bei weitem keine 500 Euro. Wir liefern Ihnen nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum Mediashop. Markteinführungspreis von nur 8 kleinen Raten zu je 49,90 Euro. Bequem nach Hause. Aber halt! Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, halbieren wir den Preis und streichen Ihnen sofort 4 ganze Raten. Und der Power Air Fryer Multifunction ist um nur noch 4 kleine Raten zu je 49,90 Euro auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Und das bedeutet, Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie erhalten nur heute den Power Air Fryer Multifunction zum halben Preis. Und Sie sparen in der Sekunde ganze 200 Euro. Unglaublich! Und darauf erhalten Sie natürlich auch wie immer unsere risikolose Mediashop 30 Tage Zufriedenheits- und Geldzurückgarantie. Aber beeilen Sie sich, denn dieses Angebot ist streng limitiert und nur für ganz kurze Zeit erhältlich. Also, rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Holen Sie sich dieses unglaubliche Angebot schnell nach Hause und wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Kreditkarte, Nachname oder jetzt neu risikolos zahlen auf Rechnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017